Stelle dich bequem in die Berghaltung, Beine etwa hüftbreit auseinander, Schultern und Kiefer ganz entspannt. Schließe deine Augen und bringe deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Lasse mit der nächsten Ausatmung deinen Kopf sanft nach vorne sinken. Einatmen zur Mitte, ausatmen nach vorne und zur Mitte und noch einmal. Jetzt nach rechts, einatmen zur Mitte, ausatmen nach rechts. Mitte, rechts, zurück zur Mitte. Jetzt nach links, einatmen Mitte. Ausatmen, ausatmen links. Mitte, links. Und jetzt ganz sanft nach hinten. Einatmen, einatmen Mitte, ausatmen nach hinten. Und noch einmal. Gehe immer nur so weit, bis du eine sanfte Dehnung spürst. Lasse dein Kind wieder zur Brust sinken und halte die Stellung ein paar tiefe Atemzüge. Versuche ganz bewusst, in die jeweilige Dehnung zu spüren. Einatmen zur Mitte, ausatmen, lasse den Kopf zur rechten Schulter gleiten und halte die Stellung. Spüre in die beanspruchte Muskulatur. Spüre in die beanspruchte Muskulatur. Einatmen Mitte, ausatmen zur linken Schulter und halten. Atme tief. Stirn, Schultern und Kiefer sind ganz entspannt. Einatmen, ausatmen nach hinten. Ganz sanft, nur so weit, wie es dir angenehm ist. Einatmen, wieder zur Mitte. Lasse deinen Kopf wieder nach vorne gleiten und kreise mit der Einatmung über deine rechte Schulter nach hinten. Und mit der Ausatmung über deine linke Schulter nach vorne. Ganz langsam und bewusst. Spüre in deinen Nacken hinein. Spüre in den Nacken hinein. Und mit der anderen Seite. Einatmen, über die linke Schulter nach hinten. Ausatmen über die rechte Schulter nach vorne Achte darauf, dass du nur deinen Kopf bewegst und deine Schultern und Arme ganz locker bleiben Komme wieder zurück zur Mitte Lege deine rechte Handfläche auf deine Stirn Presse die rechte Handfläche gegen deine Stirn Deine Stirn drückt gegen die Hand Setze deine rechte Handfläche an deine rechte Schläfe Drücke deine Hand gegen deinen Kopf und deinen Kopf gegen deine Hand Spüre in deine Nackenmuskulatur Löse die rechte Hand und lege deine linke Hand an die linke Schläfe Wiederhole die Übung auch auf dieser Seite Atme tief Löse die linke Hand, falte deine Hände hinter deinem Kopf und drücke deinen Kopf gegen die Hände Hände drücken gegen den Kopf Senke die Arme Halte die Augen noch für einen Moment geschlossen Und bringe deine Aufmerksamkeit in deine Nackenmuskulatur Aufmerksamkeit in deine saja